hallo und willkommen zurück leute ganz frisch ganz so wie wir aufgehört haben jetzt erst mal schnell in die haja und den morgen erst fällig reisen hütten okay die sind auch so gefährlich das stimmt morgen jetzt in angriff was war das jetzt was für ein geräusch okay naja erst mal mit ihm hier reden und da war ja was stimmt und wir wollten ja noch bei dienst kaufen ja schön mach doch einfach die und ihre und wirken die wirken tut ja war auch nicht ich habe ich da lieb auch du scheiße ich weiß nur mit küche auch aus nur fleisch ja gut okay dann gehen wir mal zu diesem alex noch mal ich müsste mal so langsam wie ein bisschen besser laufen mit der landwirtschaft ich weiß nicht eigentlich genug alle felder und fertig und so ne ach ja ach so ok nahrung yes yes ich glaube die waren nur noch nicht recht ist auch hier oder ja 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 aber wahrscheinlich wäre es noch eine drin hatten okay schockiert natürlich wäre es erst mal wieder kräuter sammeln die du eh bei das was bringt sie zu meinem handel überwacht das für sein schädlings können sie dabei helfen mit people with this and terry who were more pleasant to deal with but anyway bring me these herbs and i will brew something that should help okay Ja, machen wir mal, machen wir mal. Okay, okay. So Knoblauch gab es da hinten hier vor. Oder gab es ja auch hier einen Wald? Ich kann nur noch nie die Lampen sein, aber... Ich kann nur noch nie die Lampen sein, aber... Hm... So, und da hinten mal den Bäumen, da gab es, glaube ich, den Knoblauch. So, was hast du überhaupt? Wollt mal hier... So, ich kann nur noch nie die Lampen sein, aber ich kann nur noch nie die Lampen sein. Ah... Mal gucken, ob ich die Lampen wieder übersehe. Die sind aber auch scheiße, so zu sehen. Da! 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 Ein Wald! Da! 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 Ja! Da! 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 Das! jetzt würde ich das fertig gebaut haben dann würde ich sagen ich hab schon wieder ein neues haus einfach nur weil es können das smell of fresh herbs in the air always lips my spirits welcome to my garden adventure do you bring the herbs i just need a moment to prepare the brew it's ready to give it to the old mal content and make sure to get paid the old man's memory can be very selective when it comes to money danke für die information halt warte 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 da 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 Ja, Swing! Toch! so das ding bringen wir weg wollte ich hier noch was wir gucken noch mal in der forschung da weiß ich leider kann auch nicht mehr und da habe ich versteckte lederschuhe den bachmann warum auch wieder ein eisen langsam ich glaube nämlich nichts mehr doch schon doch da wo schon mal kommen wir was bezahlt die alte find ich bin auch immer dafür dass die schwarze die halte schocken und das kommt falsch don't try anything stupid took you long enough do you have it on you good good you've done well keep up the good work and you may be as great as me in my younger days ja so gold is the only thing thing that matters typical can't just be grateful for looking hungry and down on luck to get paid the coin would mean the world und das ist natürlich auch richtig aber hier ja ich habe mir eine Frage um den Kopf ach, schaut nicht aus ok, dann wer ist er denn überhaupt Wo ist er? Nein, das ist doch nicht immer fertig. Ach, ja. Ich bin doch ein Idiot. Die ist bestimmt weg. Well, Mitch! Ich bin doch ein Idiot. Aber warte mal. Ich will auch nochmal sicher gehen. Mhm. Die ist bestimmt weg. Ich bin doch ein Idiot. Diese Frau, war sie pregnant, per chance? Ja. Was für das? Ich bin sicher, dass du bist, junger Junge. Diese Frau ist ein bekanntes Skandrel, der oft präsentiert wird, und sie fragt die Passagierer, um sie zu holen, um sie zu holen, Mit meiner Meinung nach, hat sie seit 16 Monaten gelebt. Mhm. Jo. Ja. Ich bin jetzt ein Mitarbeiter von Grasmeer? Äh... Ähm... Äh... Äh... Warum...? Ach so. Ah... Ich glaub' da müssen wir gleich mal hin. ja mein freund mir schon ja Ja. Ich bin auf die Kommandasse. Ich bin all das, was ich für all meine Leben wusste. Was hast du in der Grund, genau? Was hast du in der Grund, genau? Ein neues Ziel, oder? Juste erzähl mir, wann. Das ist doch nicht so ernst. Moment mal. Ich werde das auch wieder aufnehmen. Um. Ja. Ja. Dann. Wir haben noch ein Jahr. So. So. Dann ab nachher, äh, und die Horn dienen. Dann gehen wir die Klamotten ab. Und dann, dürfen wir es fertig haben. So. Mal auswählen. Ah, okay. Ja, dann reicht das. So. So. Hinten links. Oh ne. Warum? Oh. Tend die Overbeidung, wundervieren sie sich und bemerken. Oh ne. 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 und sie kommt zu uns das ist gut scheiße warum sind die immer so sauer naja mhm mhm eh you are not the healer what do you that was a hot day i worked my us off in the forge and i ran out of something that could quench my thirst so i went to the well and took some water i didn't boil or anything because i took the risk like many times before when i finished my work i Nicht abgekochtes Wasser. Da kommen wir jetzt schon ein paar Recken-Water-Problemen, oder? Stimmte Brunnen. Ja. Okay. Brunnen nix gut. Hä? Das ist ziemlich rasend. Ja. Okay. Ah, Entschuldigung. Oh, oh Gott. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Voll neffig. Naja, nö. Können wir später machen. Ich will erstmal die müssen haben. Der Ernst. Können die nicht ausrufen gehen. Okay. Psst, 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 komm her. Psst, psst, komm her. Ja. Oh Mann. Scheidt ihr Weapon, Wanderer. Ich bin nicht für eine Kampf. Ich habe mich verloren. Das ist passiert. Aber wir haben... Wir haben angefangen... ...de Nacht... ... ich schlafen zur Kampf. Das ist alles, was ich wusste. Was hast du genau in der Zeit? Was hast du genau in der Zeit? Ein neues Ziel, oder? Juste erzählen mir. der hat ja gut er hat eigentlich ein krachenschild gehabt aber nur denn nur denn du kannst okay wieder bestimmt hier rum das war ganz kurz Fröschen wir, die gute Dame. Ist der eigentlich hier nur? Okay. wir haben nicht umsonst jetzt hier punkte bekommen gehabt wie ist jemand hier schwanger äh aggressiv bei uns mach es schnell, ich muss arbeiten willst du helfen? schade was hat er hier er hat rein er ist nicht Gut, im Grunde eigentlich kein Problem. zurück in die Fiede, vieles zu beendet ja ne ok laufen da unten alle rum ja 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 kann tai ja naja ja 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 dass die doch nicht hier ist schade wieso kann ich dich nicht mehr streicheln das geht jetzt wirklich gut ab kann ich einfach nicht genug sagen hm so den bauk mal schön gut er scheint jetzt hier zu sein ok gut meister stärke behalten wir uns den gehen wir mal zu den feldern ich weiß langweilig nicht so spannend aber nötig gut 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 ok dann führen wir ihn gleich mal was hat man noch geändert gehabt so ich glaube das war ja das war's gut gut hier wäre eine scheude wird man auch nicht verkehrt sowas sah für mich jetzt aber echt harter nach aus als wären die halt noch am machen krass das mit der rucksack ist echt toll noch machen ach die brauchen wasser ja ok hier muss nur gejätet werden ach die bessern jetzt alle das ist schön ok da war ich Toll. Hm. ich glaube das sind hier noch mal ein brunnen ok alles gut aus die scheinen da schon zu machen hat es ernst okay so können wir hier machen ne Okay. Was brauchst du mir als nächstes? Handschuhe. Wir brauchen Handschuhe. Lederhandschuhe. Okay. Okidoki. Wie sagen, haben wir das? Und den Bastards öffnet heute. Ja, nicht traurig sein. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Schauen wir morgen wieder rein. Und dann schauen wir mal, wie es mit den Questen weitergeht. Dann wären wir noch irgend ein Dorf. Dann wären wir vielleicht noch mal vorbereiten zum Befreien. Ich werde mir mal schauen, welches besser ist. Pazdow oder Bradford. Wegen Handel. Lohnt sich zum einen oder anderen schon. Aber man weiß ja nie. Wir machen mal so. so wie das so wie das gut das war es aber jetzt wirklich dass sie eingeschaut hat schmack mal kommt morgen wieder lasst gerne auch ein däumchen da und dann sehen wir uns morgen